Alles klar und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das ist ein ganz, ganz kurzes Infovideo und zwar habe ich mich heute in Sport verletzt. Ich habe meinen Daumen verstaucht. Ja, ich bin ein richtiger Hurensohn, das weiß ich selbst. Deswegen kommt jetzt diese Woche kein Video. Das nächste Video kommt dann am nächsten Mittwoch natürlich regulär. Na, bis dann. Ciao.